Wird Ihnen präsentiert von DeinMessestand. Angebote für Messebau. Die Firma Teka Maschinenbau GmbH. Wir sind ansässig in Edenkoben, in der wunderbaren Pfalz, schöne Weingegend. Wir sind spezialisiert auf Hochleistungsmischer für die Betonindustrie, für die Glasindustrie, für die Feuerfestindustrie und viele anderen weiteren Industrien. Wir sind 1961 gegründet worden, ist ein Familienbetrieb und wir haben inzwischen fünf Tochterfirmen im Ausland, unter anderem USA, China, Polen, Spanien und Frankreich und sind mit 150 Mitarbeitern tätig. Also das ist unsere neueste Entwicklung, der Teka Hochleistungsturbinenmischer. Der Teka ist im Bereich im Einsatz, wo hochwertige Betone, hochwertige Produkte hergestellt werden müssen. Zum Beispiel Fertigteile, Vorsatzbetone, ultrahochfeste Betone oder auch selbstverdichtende Betone. Die Turbine hat verschiedene Vorteile. Das eine ist, er homogenisiert die Masse relativ schnell. Das zweite ist, man hat wesentlich geringeren Reinigungsaufwand und das dritte ist, man kann sehr geringe Mengen fahren. Das heißt, wenn Sie einen Mischer haben, der eine maximale Füllmenge von 500 Liter hat zum Beispiel, kann man zum Teil auf 10 bis 15 Prozent runterfahren. Das heißt, irgendwo zwischen 50 und 100 Liter kann dieser Mischer noch sehr homogen mischen. Das heißt, hier sind wir ein Mischer. Das heißt, hier leben, die wir uns in die Ausbildung haben.